Was ist das, was man sich im Leben einsetzt? Und das hat bei mir relativ früh begonnen, aber durch diese Gnade der späten Geburt, wir sind aufgewachsen nach dem Krieg. Ich selbst bin noch im Zweiten Weltkrieg geboren und habe all diese Probleme miterlebt. Ein Beispiel zu heute, wenn es damals Lidl oder Aldi gegeben hätte und jemand wäre reingegangen von damals, der hätte gesagt, das Tischlein deckt dich. Aus dem Märchen, das existiert. Und diesen Wirtschaftsaufschwung auf der einen Seite und dann dieses furchtbare Kriegserlebnis oder sogar zwei Kriegserlebnisse unserer Eltern mit dem Ersten und Zweiten Weltkrieg. Und wie das zu verhindern ist und mit atomarer Aufrüstung, das bringt einen schon ein bisschen in die gesellschaftliche Verantwortung. Und es war dann so, dass ich mit dem Studium vor allen Dingen sehr engen Kontakt bekommen habe mit einer Gesellschaftsform, die auf dem Marxismus gründet. Und das war für uns damals eine Bibel. Ich habe deshalb auch versucht, in Berlin mir das Ganze anzuschauen als echter 68er. Ich bin also als 68er nach Berlin und hatte dort gleich ein Vorstellungsgespräch an der Uni für eine Stelle als Wissenschaftler. Ich sollte damals mit erwachsenen Personen versuchen, ob die noch in dem Alter Eislaufen und so weiter erlernen können. Und damit war ich mittendrin in Berlin, habe dann die Stelle auch angenommen. Und wir sollten Lehre und Forschung für Sensormotorik, also im weitesten Sinne auch für den Sport, übernehmen. Und kam aber dabei dann mit der Kybernetik in Berührung als eine anders fundierte Wissenschaftstheorie als der Marxismus. Denn den, und das hatte ich erfahren, durch meine Fahrten und Besuche im Osten Deutschlands, der Transitverkehr und die Besuche in Ostberlin. Das war für mich ein niederschmetterndes Erlebnis. Ich habe festgestellt, das ist eine Diktatur im negativen Sinne. Und zwar nicht des Proletariats, sondern ein paar Figuren, die sich vorstellen, wie man zu leben hat. Und dann konnten wir erst ermessen, damals, wer sich damit beschäftigt hat, was die freiheitlich-demokratische Grundordnung, was unser Grundgesetz bedeutet. Und dafür habe ich gelernt, mich einzusetzen. Das findet man auch immer in den Büchern. Das erste, was ich also geschrieben hatte, das war ein Buch über die Zeit zwischen 1945 und 1968, in der Stadt, in der ich aufgewachsen bin. Dazu kamen dann Publikationen über den Sport, aber auch regelmäßig über unsere normale gesellschaftliche Wirklichkeit, wie sie eben in einer Stadt, Fürstenfeldbruck, sich abspielt. Ich war 16 Jahre engagiert im Stadtrat und anderen Organisationen. Ein Beispiel ist die Bürgerinitiative Saubere Amper. Dieses Engagement, dass wir von unten uns engagieren dürfen für Themen, die uns elementar berühren, wie also Wasser, wie die Amper, die von einem Tag auf den anderen gesperrt wurde, weil sie dreckig ist, weil sie bakteriell verseucht ist. Die Frage, wie kann so etwas sein, wie gibt es das? Und da bin ich zum ersten Mal auf Tricksereien gekommen, wie sie meinetwegen die Staatsregierung macht. Die schreibt, beziehungsweise kann man überall lesen und wird auch darüber gesprochen, unsere Seen, gemeint ist das Fünf-Seen-Land, haben Trinkwasserqualität. Und wir sind damals draufgekommen, warum? Die haben rundum Kläranlagen, sogenannte Ringkläranlagen und das ging alles der Dreck für 150.000 Leute, der ging dann in die Amper. Dort war aber kein Klärwerk mehr für so viele Leute und so wurde die Amper verseucht. Unsere Initiative hat es damals geschafft, dass die ganzen Klärwerke vom Amperauslauf runter über Graf Ratschön, Geising, Fürstenfeldbruck alle nachgerüstet werden mussten. Und so ging es mit verschiedenen anderen Geschichten, wie Deichensteigtrasse als Bürgerinitiative, die verschiedensten, wo es sich lohnt, sich dafür einzusetzen. Aber, das sage ich immer, ohne dass man Gewalt anwendet und über die Jahre kam dann so viel bei uns an fundamentalem Wissen, an sehr guter langfristiger Perspektive, dass wir beispielsweise sogar den Oberbürgermeister gestellt haben, dass wir fast so viele Abgeordnete hatten, wie die CSU, die SPD dann auch überholt. Und all das passt bei mir, wenn man das an den Bildern sieht, zum Engagement, zum Grundsatz der Nachhaltigkeit. Das Haus, in dem ich stehe, ist ein Bioenergiesparhaus geplant, schon in den 80er Jahren. Dann die Bilder. Ich habe hier eine Großfamilie, die immer noch zusammenhält, was also sehr sinnvoll ist. Ich habe im Sport-Eislauf-Verein aus 1976 mit 100.000 Mark, damals Schulden und Fremdspielern und allem, die also Geld erkriegten, übernommen, den Verein umgewälzt, Nachwuchsarbeit aufgebaut, wer dort den Nachwuchs zehn Jahre erlebt hat und dann in der ersten gespielt hat. Da gibt es Zeitungsberichte, die habe ich sogar zahlen lassen. Also, wir haben uns von diesem Kommerz- und Zirkussport gleich verabschiedet. Genau, in Berlin, ich sollte Bundesliga spielen, beim Xaver Unsinn, mit der Parole, Eishockey muss in die Großstädte und ich habe sofort kapiert, da geht es nur ums Geld. Die kleinen Vereine oder die Vereine, die Traditionsvereine werden kaputt gemacht, genauso wie es eingetreten ist. Und ich habe deshalb einen Verein gegründet, da oben, den FasseV, Freien Akademischen Sportverein, den gibt es heute noch. Und all diese Dinge, auf die ich da stolz sein kann, die sind eben nachhaltig, wie die verschiedenen Bücher das zeigen. Ja, diese pädagogisch orientierte Sportausbildung endet nicht wie bei den anderen im Training und dass man im Spiel die Leute aufeinander hetzt. Schrecklichstes Beispiel, das ich vor zwei Jahren erleben musste. Da hat ein Verein, einen anderen im Nachwuchsbereich bei 10- und 11-Jährigen mit 52 zu 0 abgefertigt, ohne dass so jemand bestraft wird. Ich habe mich entsprechend darüber aufgeregt, denn meine Sachen sind andere. In diesem Heftchen, das ich vor mir habe, da wird der Sport zu etwas anderem benutzt. Die Motivationslage wird benutzt. Also, zur Bildung. Wenn es gegen ein Gegner ist, wegen Dachau, dann wird meiner Meinung nach für Geografie als erstes eine Landkarte eingeblendet. Ja, Burschen, wo fahren wir denn überhaupt da hin? Dachau. Dann die Geschichte Dachau, bis hin also zu den neueren Geschichten und vor allen Dingen von der Gedenkstätte, die wir noch haben, die uns ja sehr viel sagt. Und ein Typ, ein Mann, ein Unverwechselbarer wie der Ludwig Thomas, dessen Agricola oder dessen Münchner im Himmel alle kennen, nicht aber seine dunklen Seiten. Die muss man auch kennen, denn der war ein Hetzer gegen die Weimarer Demokratie. Der hat im Miesbacher Anzeiger anonym Hetzschriften verfasst gegen die Juden, also als Antisemit und war ein begeisterter Gegner der Franzosen, der also auch noch aufgerufen hat hier zu diesem Krieg. Und solche Sachen muss man also wissen, das kann man aber am besten unter anderem über den Sport bringen und solche Dinge haben wir hier drin abgebildet und aufgezeichnet. Das rentiert sich so etwas, so etwas bringt es natürlich. Die Kybernetik, die ich damals eingestiegen bin, die hat sich rentiert, die ist geblieben, gerade weil es um Informationsverarbeitung oder auch Informationsaufnahme, Informationsverarbeitung, Regelung und Steuerung, weil Mensch, Tier und Maschine geht, passt also genau ins Computerzeitalter. Und so sind auch weitere Bücher, beispielsweise oder Hefte. Ich habe als erstes damals audiovisuelle Medien benutzt, um Kindern in der Schule sport sinnvoll beizubringen. Das stieß nicht immer auf Gegenliebe, denn das war denen viel zu weit hergeholt. Aber heute bewahrheitet sich das Ganze. Es ist etwas, was man also wirklich brauchen kann. Entscheidend ist aber immer dieses Engagement vor Ort für unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung. Man sieht das in all den Bereichen. Wir haben ja jetzt diese gewaltige Geschichte mit der Migration, mit Asyl und so weiter. Und da kann man nicht einfach mit Plattitüden und so weiter machen. Wir können nicht sagen, warum will der Trump eine Mauer in Mexiko bauen, wenn wir hier das Mittelwert benutzen, dass die Leute ertrinken. So kann man das nicht machen. Und man muss da wirklich auf den Grund gehen und braucht ein entsprechendes Engagement. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.